Abschnitt 54 von 1001 Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erzählung vom Schlafenden und Wachenden Teil 1 Ich habe vernommen, König der Zeit, dass unter dem Kalifen Harun Araschid ein Handelsmann lebte, der einen Sohn mit Namen Abul Hassan al-Khali hatte. Derselbe erhielt bei seines Vaters Tode ein ungeheures Vermögen, das er in zwei Teile teilte. Die eine Hälfte sollte unangegriffen bleiben, von der anderen lebte er. Seine gewöhnliche Gesellschaft waren Krieger und Handelsleute, die ihm den einen Teil seines Vermögens bald durchbringen halfen. Dann ging er zu seinen Freunden und Gesellschaftern, stellte ihnen seine Lage vor und sagte ihnen, wie wenig ihm geblieben sei. Aber niemand kehrte sich an ihn. Mit zerknirschtem Herzen über diese Unbill ging er zu seiner Mutter und erzählte ihr, was ihm widerfahren sei. Sie aber sprach, Sie betrübte sich um seinetwillen und er seufzte und sprach unter Tränen folgende Verse. Ist mein Vermögen gering, so kümmert sich niemand um mich. Ist es aber groß, so befreunden sich alle Leute mit mir. Mancher ist nur wegen meines Besitzes mein Freund geworden und hat sich in einen Feind verwandelt, als ich mein Gut verlor. Abul Hasan ging dann nach dem Orte, wo er die andere Hälfte seines Vermögens aufbewahrt hatte, und lebte davon. Er schwor, mit keinem seiner früheren Freunde mehr zusammenzukommen, sondern sich jede Nacht eine andere Gesellschaft zu wählen und sie des Morgens wieder zu verlassen. Er setzte sich deshalb jeden Abend auf die Brücke, sprach jeden Fremden an, den er vorübergehen sah, führte ihn in sein Haus und brachte die Nacht in dessen Gesellschaft zu. Des Morgens ließ er ihn gehen, ohne sich weiter nach ihm umzusehen oder ihn nur zu grüßen. So trieb er es ein ganzes Jahr hindurch. Als er eines Abends nach seiner Gewohnheit wieder auf der Brücke saß, kamen der Kalif und Masrur, das Schwert seiner Rache, vorüber, verkleidet, wie sie häufig zu tun pflegten. Als Abul Hasan sie sah, ging er auf sie zu, ohne sie zu kennen, und sprach wie folgt zu ihnen. Wollt ihr wohl mit mir in meine Wohnung gehen und essen und trinken, was dieselbe bietet, nämlich doppeltes Brot, so übereinander gebacken, gekochtes Fleisch und klaren Wein? Der Kalif wollte nicht einwilligen, aber Abul Hasan beschwor ihn bei Gott, er möge doch sein Gast sein und seine Hoffnung nicht täuschen, und drang so lange in ihn, bis er einwilligte und ihm diese Gnade erwies. Abul Hasan freute sich sehr, ging dem Kalifen voran und unterhielt ihn, bis sie in seine Wohnung kamen. Der Kalif ließ seinen Diener vor der Türe und trat ein, und Abul Hasan ließ, sobald er sich niedergelassen hatte, eine Mahlzeit vorsetzen, wovon er selbst aß, damit es seinem Gaste besser schmecke. Abul Hasan brachte auch, nachdem sie ihre Hände gewaschen hatten, Weingefäße, setzte sich wieder neben den Kalifen, trank selbst und schenkte ihm ein und unterhielt ihn. Der Kalif bewunderte diese Gastfreundschaft und Wohltätigkeit und sagte, »Lass mich wissen, wer du bist, damit ich dich für deine Wohltaten belohne.« Abul Hasan antwortete lächelnd, »Herr, fern sei von mir die Rückkehr zur Vergangenheit. Ich will kein zweites Mal mit dir zusammentreffen.« Der Kalif fragte verwundert, »Warum?« Abul Hasan antwortete, »Meine Geschichte ist sonderbar, und mein Benehmen hat seinen Grund.« »Welchen Grund?« fragte der Kalif. Abul Hasan antwortete, »Die Ursache hat einen Schweif.« Als der Kalif darüber lachte, sagte jener, »Ich will dir meine Worte durch die Geschichte von dem Feinschmecker und dem Koch klar machen.« »Wisse, mein Herr, ein Feinschmecker stand eines Morgens auf und hatte kein Geld mehr. Die Welt ward ihm eng, er verlor allen Mut und legte sich wieder schlafen, bis die Sonne am höchsten stand und ihn die Hitze nicht mehr ruhen ließ und im Schaum vor den Mund stieg. Ohne einen Dürrham zu besitzen, ging er am Laden eines Kochs vorüber, der eben einen Topf über dem Feuer stehen hatte, worin reines Fett war und woraus die köstlichsten Gewürze dufteten. Der Koch stand hinter den Töpfen, putzte die Waage ab, wusch die Schüsseln rein, kehrte den Laden aus und bespritzte ihn mit Wasser. Da kam der Feinschmecker, grüßte ihn, ging in den Laden und sagte zu dem Koch, »Wiege mir für einen halben Dürrham Fleisch, für einen Viertel Dürrham Gemüse und für einen Viertel Dürrham Brot.« Der Koch wog ihm alles vor, was er begehrte. Er aß alles auf und leckte noch die Schüssel aus, wußte aber nicht, wie er seine Zeche bezahlen sollte. Er sah sich im ganzen Laden um, endlich fiel sein Blick auf ein umgestürztes Becken. Er hob es auf und fand einen frischen Pferdschweif darunter, von dem noch das Blut tropfte, und er merkte wohl, dass der Koch Pferdefleisch verkaufe. Als er diese Schandtat entdeckte, freute er sich, wusch seine Hände, schüttelte den Kopf und ging fort. Als dies der Koch bemerkte, schrie er ihm nach, »Halte den Dieb, den Betrüger!« Der Feinschmecker blieb stehen und sagte, »Dummkopf, was schreist du mir so nach?« Der Koch geriet in Zorn, stieg vom Laden herunter und sagte, »Was redest du noch, du Fleisch, Gemüse und Brotesser? Du, der, nachdem alles aufgegessen ist, weggeht, ohne die Zeche dafür zu zahlen!« Der Feinschmecker sagte, »Du lügst, du Viehsohn!« Da packte ihn der Koch am Hals und schrie, »Herbei, ihr Muselmänner! Das ist das Erste, was ich heute verkaufte! Dieser Mann kommt, verzehrt meine Speisen und bezahlt mir nichts dafür!« Die Leute versammelten sich um sie, schallten den Feinschmecker und sagten, »Bezahle ihm, was du gegessen hast!« Er sagte, »Ich habe ihm einen Dürrham gegeben, ehe ich in seinen Laden trat.« Der Koch aber beteuerte bei allem, was heilig ist, dass er hiervon nichts wisse. Der Feinschmecker hingegen beschwor die Wahrheit seiner Behauptung, schimpfte und schlug ihm endlich ins Gesicht. Zuletzt packten sie einander an und würgten sich. Als die Leute dies sahen, fragten sie, »Was bedeutet dieser Streit, und warum schlagt ihr euch?« Da sagte der Feinschmecker, »Ein Verbrechen, Zanb, ist die Ursache unseres Streits.« Der Koch, der dies hörte, sagte, »Bei Gott, du hast recht, es war ein Dürrham, den du mir gegeben, und du hast nicht für einen ganzen Dürrham verzehrt. Lass dir daher, was dir noch gehört, zurückgeben.« Der Koch hatte wohl gemerkt, was der Feinschmecker mit dem Worte Zanb sagen wolle. Anmerkung des Übersetzers Zanb heißt Verbrechen und zugleich auch Schweif »Nun, mein Freund, auch meine Geschichte hat ihren Grund.« Der Kalif lachte und sprach, »Lass ihn hören.« Abul Hasan sprach, »Mit Vergnügen, wisse, ich heiße Abul Hasan Al-Khali. Als mein Vater starb, hinterließ er mir ein großes Vermögen, das ich in zwei Teile teilte, den einen zum Aufbewahren, den anderen, um damit in Gesellschaft meiner Freunde und Genossen zu leben. Niemand war mir bekannt, der nicht auch zu meinen Tafelfreuden geladen ward. Durch diese Ausschweifungen schwand bald mein noch so großes Vermögen zur Hälfte. Ich ging daher zu meinen bisherigen Freunden, die mir so wacker geholfen hatten, dasselbe durchzubringen, und verlangte Beistand und Hilfe von ihnen, die sie mir jedoch alle verweigerten. Kein einziger wollte einen Leib Brot mit mir teilen. Dies schmerzte mich. Ich ging daher zu meiner Mutter, klagte ihr mein Leid, sie aber sagte zu mir, »So sind die Freunde, besitzt du Güter, so essen sie dich arm, und hast du nichts, so verlassen sie dich.« Hierauf nahm ich die zweite Hälfte meines Vermögens wieder heraus und schwor, niemand mehr länger als eine Nacht zu meinem Tischgenossen zu machen und ihn dann nicht mehr zu grüßen, noch sonst mit ihm zu verkehren. Daher waren auch vorhin meine Worte zu dir. Ferne sei von mir, dass Vergangenes wiederkehre, denn ich werde nur diese Nacht mit dir zusammen sein.« Als der Kalif dies hörte, lachte er heftig und sagte, »Bei Gott, mein Freund, du bist hinlänglich entschuldigt, da ich nun die Ursache kenne und weiß, dass sie ein Verbrechen deiner Freunde ist. Doch aber werde ich, so Gott will, nicht ganz von dir scheiden.« Da sagte Abul Hasan, »Habe ich dir nicht gesagt, Ferne sei von mir, dass Vergangenes wiederkehre?« Es ward dann eine gebratene Gans und feines Brot aufgetragen, die Abul Hasan zerschnitt und dem Kalifen vorlegte. Sie aßen miteinander, bis sie satt waren. Dann brachte man ihnen Wasserbecken, Kanne und Potasch, und sie wuschen ihre Hände. Darauf ließ Abul Hasan drei Wachskerzen und drei Lampen anzünden und den Weintisch bringen und setzte alten, klaren, gewürzten Wein darauf, der wie Moschus duftete. Er füllte damit den ersten Becher an und sagte, »Gast, lass uns ohne Zwang fröhlich und heiter sein. Wenn du willst, so betrachte mich als deinen Diener. Möchte ich nie mit deinem Verluste heimgesucht werden.« Er trank dann aus, füllte den zweiten Becher und reichte ihn dem Kalifen, dem Abul Hasan in Worten und Tun so wohl gefiel, dass er sich vornahm, ihn zu belohnen. Als Abul Hasan ihm den Becher überreichte, nachdem er ihn geküßt hatte, sagte er folgende Verse. »Hätten wir eure Ankunft vorher gewußt, so würden euch das Innerste unseres Herzens oder das Schwarze des Auges gereicht haben. Wir hätten unsere Brust als Teppich zu eurem Empfang ausgebreitet und wäret ihr selbst über unsere Augenlider einhergeschritten.« Als der Kalif diese Worte hörte, nahm er ihm den Becher ab, küßte ihn und trank ihn aus. Darauf gab er ihn wieder zurück. Abul Hasan nahm den Becher, füllte ihn wieder, trank ihn aus, füllte ihn nochmals, küßte ihn dreimal und reichte ihn dem Kalifen mit den Worten, »Eure Ankunft bringt mir Ehre, das bekenne ich. Seid ihr ferne, so kann euch niemand ersetzen. Trinke zu deinem Wohl, zu deinem Heil und zur Entfernung alles Übels.« So tranken sie fort bis Mitternacht und waren guter Dinge. Darauf sagte der Kalif zu Abul Hasan, »Hast du irgendeinen Wunsch, den du erfüllt, oder irgendein Übel, das du beseitigt wünschest?« Er antwortete, »Bei Gott, ich habe kein anderes Verlangen, als daß ich einmal herrschen, befehlen und verbieten könnte, ohne jemand darüber Rechenschaft zu geben.« Der Kalif erwiderte, »Sage mir, Freund, wozu das?« Abul Hasan antwortete, »Ich wünsche von Gott, mich an meinen Nachbarn rächen zu können. In meiner Nachbarschaft befindet sich eine Moschee. Darin sind vier Scheiche, die sich immer ärgern, wenn ein Gast zu mir kommt. Sie schimpfen und schmähen mich dafür und drohen mir, mich beim Fürsten der Gläubigen zu verklagen. Sie haben mich schon so geplagt, dass ich beim erhabenen Gott wünsche, nur einen Tag herrschen zu dürfen, um einem jeden von ihnen vierhundert Peitschenhiebe geben lassen zu können, und zwar vor der Moschee. Dann würde ich sie in der Stadt herumführen und vor ihnen ausrufen lassen, »Das ist der Lohn und noch der geringste Lohn für den, der gegen andere Leute gehässig ist und ihre Freude stört.« »Dies ist mein einziger Wunsch.« Der Kalif sprach, »Gott erfülle denselben. Lass uns nun austrinken, denn diese Nacht bleibe ich bei dir, und vor Tag gehen wir zusammen fort.« Abul Hasan sagte, »Fern von mir.« Da füllte der Kalif einen Becher, warf ein Stückchen Bendi, eine häufig zum Schlaftrank gebrauchte Pflanze, von der Insel Kreta hinein, reichte ihn dem Abul Hasan und sprach, »Ich beschwöre dich bei meinem Leben, Freund. Trinke aus diesem Becher.« Abul Hasan sagte, »Nun, bei deinem Leben. Ich nehme ihn aus deiner Hand.« Kaum hatte er daraus getrunken, so fiel er wie ein Toter auf sein Gesicht zur Erde. Der Kalif ging weg und sagte seinem Diener Masrur, der außen stand, »Geh hinein zu dem Mann, der schlafend da liegt, trage ihn in meinen Palast und schließe die Türe dieses Hauses zu. Dann ging er fort. Masrur nahm Abul Hasan auf die Schulter, schloß dessen Türe und folgte seinem Herrn. Der Tag war angebrochen, und schon hatte der Hahn gekräht. Er ging mit Abul Hasan auf den Schultern in den Palast und legte ihn zu den Füßen des Beherrschers der Gläubigen. Dieser lachte und schickte zu Jafar, dem Bamakiden, und sagte zu ihm, als er erschien, »Merke dir diesen Mann, wenn du ihn morgen an meiner Stelle auf dem Throne der Kalifen in meinem Gewande siehst, so bleibe in seinen Diensten und befehle allen Fürsten, Großen und Hohen des Reichs, seinen Befehlen Folge zu leisten. Auch du selbst tue, was er befehlt, und widersetze dich während des Tages keinem seiner Befehle.« Jafar vernahm gehorsam die Befehle des Kalifen und entfernte sich. Der Kalif ging dann zu den Sklavinnen, die im Schloss waren, und sagte ihnen, »Wenn dieser Mann, der hier schläft, morgen erwacht, so küsst die Erde vor ihm, bekleidet ihn mit dem Ehrenkleid und bedient ihn in allem wie mich selbst. Darauf spreche zu ihm, du bist der Kalif.« Er trug ihnen dann noch mehr auf, was sie ihm sagen und tun sollten, verbarg sich dann hinter einem Vorhang und schlief. Soviel, was den Kalifen angeht. Abul Hasan aber schlief in einem Fort, bis die Sonne schon hochstand. Da nahte sich ihm eine Sklavin und sprach, »Herr, es ist Zeit, das Morgengebet zu verrichten.« Als Abul Hasan die Worte der Sklavin hörte, lachte er und sah sich verwundert um, bald noch den azurenden und vergoldeten Wänden, bald nach der Decke, die ganz golden war. Er sah viele Zimmer ringsumher, deren Türen mit seidenen, goldgestickten Vorhängen behangen waren, allerlei goldene, porzellanene und kristallene Gefäße, schöne Betten und Teppiche auf den Böden ausgebreitet, brennende Lampen und eine Menge von Sklavinnen, Dienern, Mameluken und hübschen Knaben, die ihn umringten. Abul Hasan war ganz verwirrt und sagte, »Entweder ich träume, oder dies ist das Paradies und die Wohnung des Friedens.« Er drückte dann die Augen wieder zu und legte sich nieder. Da sagte ihm ein Diener, »Herr, Fürst der Gläubigen, es ist doch sonst nicht deine Gewohnheit.« Es nahten sich darauf alle Sklavinnen des Schlosses und richteten ihn sanft auf. Er befand sich auf einem hohen Bette, das ganz mit Seide gefüllt war, und sie hielten ihn mit einem Kissen in die Höhe. Wie er nun die Größe des Schlosses und alle diese Sklavinnen und Diener zu seinem Dienste bereit sah, lachte er über sich selbst und sagte, »Bei Gott, ich weiß nicht, ob ich schlafe oder wache.« Bald stand er auf, bald setzte er sich wieder. Die Mädchen lachten heimlich über ihn. Er ward ganz verwirrt in seinem Kopfe und biss sich auf die Finger, bis es ihn schmerzte. Dann schrie er und wurde böse. Der Kalif sah ihm zu, ohne von ihm bemerkt zu werden, und lachte. Abul Hasan wandte sich zu einer Sklavin und rief ihr zu. Als sie kam, sagte er, »Beim erhabenen Gott, bin ich Fürst der Gläubigen?« Sie sagte, »Ja, Herr, beim allmächtigen Gott, du bist jetzt Fürst der Gläubigen.« Er sagte, »Du lügst, Dirne!« Er wandte sich dann zu dem großen Diener und rief ihm zu. Als er kam und die Erde vor ihm küsste, fragte er, »Wer ist der Fürst der Gläubigen?« Der Diener antwortete, »Du, Herr!« Da sagte er, »Du lügst, Schurke!« Er wandte sich dann zu einem anderen Verschnittenen und sagte, »Sprich, Alter, bin ich Fürst der Gläubigen?« Der antwortete, »Bei Gott, Herr, du bist jetzt Fürst der Gläubigen und Stellvertreter des Herrn der Welten!« Abulhassan lachte über sich selbst, indem er sich in Vermutungen über die Veränderung erschöpfte, die mit ihm vorgegangen war, und sagte, »Wie soll ich nun in einer Nacht Fürst der Gläubigen geworden sein, da ich doch gestern noch Abulhassan war?« Da trat ein alter Diener hervor und sagte, »Der Name Gottes sei mit Dir! Du bist der Fürst der Gläubigen und Stellvertreter des Herrn der Welten!« Abermals schlossen alle Sklaven und Sklavinnen einen Kreis um ihn, und ein Mameluk reichte ihm ein paar Seidene mit Gold gestickte Schuhe. Abulhassan nahm sie und wollte sie in den Ärmel stecken. Da sagte der Mameluk, »Herr, das ist für deine Füße, damit du leicht gehst!« Abulhassan schämte sich, warf sie aus dem Ärmel heraus und zog sie an die Füße. Der Kalif starb fast vor Lachen. Als er ganz angekleidet war, brachten ihm Sklavinnen ein goldenes Waschbecken mit einer silbernen Kanne, gossen ihm Wasser über die Hände und erwusch sich. Dann breiteten sie einen Teppich unter ihm aus, damit er bete. Er wusste aber nicht, wie er beten sollte, und er kniete zwanzigmal nieder und fiel zur Erde und dachte immer bei sich selbst, »Bei Gott, bin ich wirklich Fürst der Gläubigen?« »Wäre es ein Traum?« »Wie könnte alles so in Ordnung aufeinander folgen?« Und so redete er sich nach und nach ein, er sei wirklich der Kalif. Als er das Gebet vollendet hatte, umgaben ihn Mameluken und Sklavinnen mit seidenem Weißzeug, dann kleideten sie ihm das Ehrenkleid des Kalifen an und gaben ihm ein langes Schwert in die Hand. Ein großer Sklave ging voraus, und kleine Mameluken folgten ihm nach, bis sie zum Audienzsaal kamen. Da hoben sie den Vorhang auf, und er setzte sich auf den Thron des Richters und Beherrschers der Gläubigen. Hier sah er die vielen Vorhänge, die vierzig Türen, die berühmten Männer, wie Al-Jili, Arakashi, Abadan, Jedim und den Gesellschafter Abu Ishak. Um ihn blinkten Schwerter, vergoldete Klingen, scharftreffende Pfeile, nebst Bogen, er sah Perser, Araber, Türken, Dailamiten und eine Menge Prinzen, Visiere, Truppen und Volk, sowie die Vornehmen des Reichs und die Herren der Gewalt. Die Macht der Abbasiden und das Ehrfurchtgebietende Ansehen des Propheten erschienen ihm in voller Pracht. Er setzte sich auf den Thron des Kalifen und legte das Schwert auf seinen Schoß. Da kamen alle Leute, küßten die Erde vor ihm und wünschten ihm ein langes Leben. Drauf trat Jaffar, der Bamakide, hervor, küßte die Erde und sprach, »Mögen deine Füße den Boden Gottes betreten, das Paradies deine Wohnung sein und die Hölle die deiner Feinde. Niemand tue dir was zuleide und das Feuer der Hölle glimme nicht für dich, großmächtiger Kalif und Beherrscher der Länder.« Abu Lhassan schrie ihn an, »Hund der Söhne Bamaks, geh sogleich du und der Polizeioberste der Stadt nach dem Ort so und so in der Stadtviertel so und so.« Geb der Mutter Abu Lhassans hundert Dinare und grüße sie von mir. Dann nimm die vier Scheiche und den Imam der Moschee des Viertels, lasse jedem von ihnen vierhundert Prügel geben und sie auf den Kamelen rückwärts sitzend in der Stadt herumführen. Der Ausrufer gehe vor ihnen mit den Worten her, »Das ist der Lohn und der geringste Lohn für den, der durch Schmähen und Übelreden seine Nachbarn stört und dadurch ihnen Vergnügen, Essen und Trinken verbittert. Darauf verbanne sie aus der Stadt.« Jaffar sagte, »Dein Wille ist mir gebot.« Verließ Abu Lhassan, ging in die Stadt und tat, wie ihm befohlen worden. Abu Lhassan fuhr fort, als Kalif zu handeln, er gab und nahm, erteilte Befehle und Verbote und alles, was er befahl, wurde vollzogen, bis der Tag zu Ende war. Dann erlaubte er den Leuten zu gehen und die Fürsten und Großen des Reiches gingen ihren Geschäften nach. Da erschienen die Diener und wünschten ihm langes Leben und handelten in seinem Dienste. Sie hoben den Vorhang auf und er trat in den Saal des Harems. Er fand dort Wachskerzen und Lampen in buntem Schimmerbrennen und Sängerinnen, die auf Instrumenten spielten. Er ward ganz verwirrt in seinem Kopf und sagte, »Bei Gott, ich bin doch der Fürst der Gläubigen.« Als er in den Saal kam, traten ihm Sklavinnen entgegen, führten ihn auf den erhöhten Raum im Saal Ivan und brachten ihm einen herrlichen Tisch mit den köstlichsten Speisen. Er aß, solange es ihm schmeckte, bis er satt war. Er rief dann einer Sklavin zu, »Wie heißt du?« Sie antwortete, »Tarka.« Er fragte eine andere, »Wie ist dein Name?« Sie antwortete, »Toch, war.« So fragte er alle Mädchen nach ihrem Namen, dann ging er in den Trinksaal. Er fand alles vollständig besetzt. Es waren zehn große Schüsseln mit allerlei Früchten, Backwerk und Süßigkeiten darauf. Er setzte sich und aß davon, bis er genug hatte. Er fand dann drei Gruppen Sängerinnen und kam ganz außer sich. Die Sängerinnen setzten sich und es standen viele Diener, Mamelukken, Sklavinnen, Jünglinge und Mädchen um ihn herum. Ein Teil setzte sich und der andere blieb stehen. Die Mädchen sangen und machten auf verschiedenen Instrumenten Musik, wovon der Saal harmonisch wieder tönte. Abul Hasan glaubte in diesem Augenblick, er wäre im Paradies. Es wurde ihm wohl im Herzen und er war höchst vergnügt. Er machte den Mädchen viele Geschenke, bald rief er diese zu sich, bald küßte er jene. Dann spielte er wieder mit einer anderen, gab der einen zu trinken und der anderen zu essen, bis die Nacht völlig angebrochen war. Dann befahl der Kalif, der diesem allen zugesehen und darin seine größte Freude hatte, einer dieser Sklavinnen ein Stück Benji in den Becher zu werfen und es Abul Hasan zu trinken zu geben. Das Mädchen tat, wie ihr der Kalif befohlen, und kaum hatte Abul Hasan den Becher geleert, so sank ihm sein Kopf vor Schlaf auf seine Schultern. Der Kalif trat dann lachend hinter dem Vorhang hervor und rief dem Diener, der Abul Hasan hierher gebracht hatte, und sagte zu ihm, bringe diesen wieder in sein Haus zurück. Der Jüngling trug ihn in seine Wohnung, legte ihn dort nieder, ging fort, schloß die Tür hinter sich zu und kehrte dann wieder zum Kalifen zurück, der bis zum Morgen schlief. Auch Abul Hasan schlief, bis Gott den Morgen hell leuchten ließ. Als er erwachte, schrie er, O Tafacha, O Racha, O Muska, O Tochfa! Er schrie so lange, bis ihn seine Mutter hörte, wie er fremden Mädchen zurief. Sie stand auf, ging zu ihm und sagte, Der Name Gottes sei mit dir! Steh auf, mein Sohn! O Abul Hasan, du träumst! Als er seine Augen öffnete und eine alte Frau bei sich sah, hob er die Augen auf und sagte, Wer bist du? Sie aber fragte, Erkennst du deine Mutter nicht? Er sagte, Du lügst! Ich bin Fürst der Gläubigen, der Kalif Gottes! Seine Mutter schrie, Gott erhalte dir deinen Verstand, mein Sohn! Schweig! Sonst ist es um unser Leben und dein Vermögen geschehen, wenn jemand dies hört und es dem Kalifen hinterbringt! Bei diesen Worten erwachte er ganz, erkannte seine Mutter und seine Wohnung, strengte seinen Verstand an und sprach, Bei Gott! Mutter! Ich sah mich im Traume im Palast des Kalifen von Sklavinnen und Mamelukken umgeben, habe regiert und Befehle ausgeteilt! Und kurz darauf sagte er, Beim allmächtigen Gott, es war doch kein Traum! Dann besann er sich wieder und sagte, Es ist doch wahr, ich bin Abul Hasan Al-Khali und habe nur im Traum den Kalifen gespielt und Befehle und Verbote erlassen! Dann dachte er wieder nach und sagte mit voller Bestimmtheit, Es war doch kein Traum, ich bin der Kalif, ich habe ja Ehrenkleider und andere Geschenke ausgeteilt! Seine Mutter aber sprach, Mein Sohn, du spielst mit deinem Verstand, du wirst ins Irrenhaus kommen und stadtkundig werden, denn was du gesehen hast, kommt vom Teufel, es sind teuflische Täuschungen und des Traumes! So spiegelt oft der Teufel das Verschiedenartigste dem menschlichen Verstand vor! Sage mir, mein Sohn, war gestern Abend jemand bei dir? Abul Hasan dachte nach und sagte, Ja, es schlief jemand bei mir, dem ich meine Geschichte erzählte und ohne Zweifel gehörte der zu den Teufeln, denn du hast doch recht, meine Mutter, ich bin Abul Hasan. Da sagte seine Mutter, Höre, was ich dir Angenehmes zu erzählen habe. Gestern kam der Vesir Jaffar, der Bamakide, und ließ den Scheichen der Moschee und dem Imam jedem 400 Prügel geben. Dann wurden sie aus der Stadt verbannt, und es wurde vor ihnen ausgerufen, das ist der Lohn und der geringste Lohn für diejenigen, die ihre Nachbarn kränken und ihnen ihr Leben verbittern, und mir hat er 100 Dinare geschickt und mich grüßen lassen. Da schrie Abul Hasan, Du verdammte Alte, wie willst du mir weismachen, ich sei nicht Kalif, ich habe doch Jaffar befohlen, die Scheiche zu prügeln und sie öffentlicher Schande preiszugeben, auch bin ich es, der dir 100 Dinare mit einem Gruße gesendet. Ich bin wirklich der Fürst der Gläubigen, du verdammte Alte, und du bist eine Lügnerin und willst mich verwirren. Er stand dann auf und schlug seine Mutter mit einem Mandelbaumstock, bis sie um Hilfe schrie. Ende von Abschnitt 54 Abschnitt 55 von 1001 Nacht Band 1 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Erzählung vom Schlafenden und Wachenden Teil 2 Die Nachbarn kamen zu Hilfe und hörten, wie Abul Hassan zu ihr sagte, »Du verfluchte Alte hast mich verzaubert! Bin ich nicht der Fürst der Gläubigen?« Die Leute sprachen unter sich, »Kein Zweifel, der ist gewiß rasend geworden!« Deswegen ergriffen sie ihn, banden ihn und führten ihn ins Irrenhaus. Der Aufseher fragte, »Was ist diesem Jüngling?« Da antworteten sie, »Er ist rasend!« Abul Hassan aber rief in einem fort, »Bei Gott, sie lügen! Ich bin nicht rasend! Ich bin der Fürst der Gläubigen!« Der Aufseher sagte, »Du lügst, du Verruchter aller Wahnsinnigen!« Er zog ihm dann seine Kleider aus, legte ihm eine schwere Kette um den Hals, band ihn an ein hohes Gitter und schlug ihn zweimal des Tages und zweimal in der Nacht. Nach zehn Tagen kam seine Mutter zu ihm und sagte, »Mein Sohn Abul Hassan, werde wieder verständig! Das ist das Werk der Teufel!« Abul Hassan erwiderte, »Du hast recht, Mutter! Ich will von jetzt an bloß Abul Hassan sein und nicht mehr rasen! Lasse mich nur frei machen, denn ich gehe fast zugrunde!« Seine Mutter ging zum Aufseher, machte ihn frei und kehrte mit ihm in seine Wohnung zurück. Als der Monat zu Ende ging und ein Neuer begann, wünschte Abul Hassan wieder einmal Wein zu trinken. Er ließ nach seiner Gewohnheit wieder seine Wohnung mit Teppichen ausschmücken, auch Speisen und Wein bereithalten, und ging auf die Brücke, um jemanden zu erwarten und ihn nach seiner Gewohnheit einzuladen. Da ging der Kalif an ihm vorüber. Abul Hassan grüßte ihn aber nicht und sagte, »Keinen Gruß, kein Willkommen den Verrätern, ihr seid ein Teufel!« Der Kalif ging auf ihn zu und sprach, »Mein Freund, habe ich dir nicht vorher gesagt, dass ich wieder zu dir komme?« Abul Hassan sagte, »Ich will nichts mit dir gemein haben, denn das Sprichwort sagt, es ist besser und angenehmer, von einem Freunde fern zu sein, denn wenn das Auge nichts sieht, betrübt sich auch das Herz nicht.« Und in Wahrheit, Freund, in der Nacht, die wir zusammen zechen, zubrachten, war es, als wenn der Teufel mich besessen hätte. Der Kalif sagte, »Und wer war der Teufel?« Abul Hassan antwortete, »Du!« Der Kalif lächelte, setzte sich zu ihm, gab ihm süße Worte und sprach, »Freund, als ich von dir wegging, ließ ich die Türe offen, vielleicht ist dann der Teufel zu dir gekommen.« Abul Hassan sagte, »Frage nicht nach dem, was mir widerfahren. Warum hast du die Tür offen gelassen, dass der böse Geist mir nahen konnte?« Hierauf erzählte Abul Hassan von Anfang bis zu Ende alles, was ihm widerfahren. Der Kalif lachte, ohne es jedoch Abul Hassan merken zu lassen. Dann sprach er zu ihm, »Gelobt sei Gott, dass er das Übel von dir abgewendet hat, und ich dich wieder wohl sehe.« Abul Hassan entgegnete, »Ich werde dich dennoch nicht zum zweiten Mal zu meinem Gesellschafter und Tischgenossen nehmen, denn das Sprichwort sagt, wer an einem Steine stolpert und sich ihm wieder nähert, verdient Tadel. Ich werde also nicht mehr mit dir zusammenzechen, weil ich keinen guten Ausgang davon sehe.« Der Kalif schmeichelte dem Abul Hassan und bestürmte ihn so lange mit Bitten, ihn doch als seinen Gast mitzunehmen, bis Abul Hassan nochmals einwilligte, ihm Speisen vorstellte und ihn mit Worten freundlich unterhielt. Er erzählte dann auch einmal dem Kalifen alles, was ihm widerfahren, und der Kalif lachte heimlich. Die Speisen wurden abgetragen und der Weintisch gebracht. Abul Hassan füllte den Becher, küßte ihn dreimal, dann gab er ihn dem Kalifen und sagte, »Ich bin der Diener meines Gastes. Lass es dich nicht reuen, sei munter und verlass mich nicht.« Dann sprach er folgende Verse. »Höre die Worte des Ratgebers. Das Leben hat keinen Reiz ohne Wein. Ich trinke immerfort in die tiefste Nacht hinein, bis zuletzt der Schlaf meinen Kopf auf den Becher stürzt. Meine Freude ist der Wein, der wie die Sonne strahlt und dessen Feuer die Sorgen verscheucht.« Als der Kalif diese Verse hörte, wurde er ganz entzückt. Er nahm den Becher und trank ihn aus. So zächten sie die ganze Nacht durch, bis ihnen der Wein in den Kopf stieg. Da sagte Abul Hassan zum Kalifen, »O mein Gast, ich weiß nicht, wie mir geworden ist. Mir ist, als wäre ich Fürst der Gläubigen gewesen und habe Befehle gegeben und Geschenke verteilt. Es war wirklich kein Traum.« Der Kalif sagte, »Es sind Täuschungen des Traumes.« Dann warf er ein Stückchen Benji in den Becher und sprach, »Bei meinem Leben, trinke diesen Becher leer.« Abul Hassan nahm ihn und trank. Der Kalif hatte großes Wohlgefallen an dem ganzen Wesen Abul Hassans und sagte zu sich, »In Wahrheit, ich will ihn zu meinem Tischgenossen und Gesellschafter machen.« Sobald Abul Hassan indessen den Becher ausgetrunken hatte, fiel er um. Der Kalif stand zugleich auf und sagte zu seinem Diener, »Bringe ihn in das Schloss und lege ihn auf mein Bett nieder.« In Schloss zurückgekehrt befahl er dann seinen Sklavinnen und Mameluken, ihn wieder zu umgeben und verbarg sich an einem Ort, wo ihn Abul Hassan nicht sehen konnte. Er befahl ferner einer Sklavin, die Laute vor ihm zu spielen und den übrigen Sklavinnen, sie auf anderen Instrumenten zu begleiten. Gegen Morgen erwachte Abul Hassan vom Lärm der Lauten, Tambourinen, Flöten und des Gesangs. Als er sich wieder im Schlosse von Sklavinnen und Dienern umgeben sah, sagte er, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Der Teufel ist gewiss wieder wie das erste Mal in mich gefahren. O Gott, beschäme den Teufel! Ich fürchte mich vor dem Irrenhaus und vor dem, was ich da selbst gelitten habe.« Er drückte die Augen zu, legte den Kopf in seinen Schoß, lachte ein wenig, hob dann den Kopf wieder auf, als er mit einem Male das Schloss beleuchtet sah, den Gesang der Sklavinnen hörte. Ein Diener ließ sich dann ihm zur Seite nieder und sprach, »Setze dich, O Fürst der Gläubigen, und betrachte einmal dein Schloss und deine Sklavinnen.« Abul Hasan sagte, »Beim Schutze Gottes! Bin ich wirklich der Fürst der Gläubigen? Lügt ihr nicht? Ich bin gestern nicht ausgegangen, ich habe nicht recht gesprochen, sondern getrunken und geschlafen, bis dieser Diener mich aufweckte.« Indessen richtete Abul Hasan sich auf und setzte sich aufrecht. Er erinnerte sich an alles, was ihm mit seiner Mutter begegnet, wie er sie geschlagen, wie er dann ins Irrenhaus gekommen war, ja, er sah noch die Spuren der Prügel, die ihm der Aufseher gegeben. Er wurde ganz irre an sich selbst, dachte nach und fragte, »Bei Gott, ich weiß nicht, wie mir ist, noch wie mir geschehen.« Abul Hasan wandte sich dann zu einer von den Sklavinnen und sagte, »Wer bin ich?« Sie antwortete, »Der Fürst der Gläubigen.« Er sagte, »Du lügst, Dürne, wenn ich wirklich der Fürst der Gläubigen bin, so beiße mich in den Finger.« Sie biß ihn heftig in den Finger, bis er sagte, »Es ist genug.« Er fragte dann einen alten Diener, »Wer bin ich?« Der antwortete, »Du bist der Fürst der Gläubigen.« Abul Hasan ließ ihn gehen. Er wurde ganz verwirrt und sann lange nach. Dann wendete er sich zu einem kleinen Mameluken und sagte zu ihm, »Weiße mich ins Ohr!« Und er neigte sein Ohr nach dessen Munde hin. Der Mameluk war noch sehr jung, hatte noch wenig Verstand und biß das Ohr beinahe entzwei. Auch verstand der Mameluk nicht arabisch. Und so oft Abul Hasan ihm sagte, »Genug!« verstand dieser »Immer zu!« Und biß nur immer heftiger. Die Sklavinnen achteten nicht auf Abul Hasan, der nun um Hilfe schrie. Der Kalif aber wurde vor Lachen fast ohnmächtig. Endlich schlug Abul Hasan den Mameluken, bis er sein Ohr losließ, dann warf er sein Kleid ab und tanzte unter den Mädchen herum, die ihm aber die Hände banden und sich fast totlachten. Der Kalif fiel in Ohnmacht vor vielem Lachen. Als er wieder zu sich kam, trat er zu ihm heraus und sagte, »Wehe dir, Abul Hasan! Du bringst mich um vor vielem Lachen!« Abul Hasan wendete sich zu ihm, erkannte ihn und sagte, »Bei Gott! Du bringst mich, meine Mutter, die Scheiche und den Imam der Moschee um!« Der Kalif rief ihn dann in seine Nähe, nahm ihn zu sich aufs Schloss, gab ihm eine Frau und machte ihn zum ersten seiner vertrautesten Gesellschafter, welche waren Idjili, Rakashi, Abdan, Hassan, Pfarrasdak, Luz, Sukr, Omar Atatis, Abu Nawas, Abu Ishak und Abul Hasan. Man erzählte von jedem eine Geschichte, die in einem anderen Buch erwähnt werden. Abul Hasan stand dem Kalifen so nahe und wurde so sehr vor allen anderen vorgezogen, dass er neben ihm und seiner Gattin Zubaida, Kazems Tochter, zu sitzen pflegte und ihre Schatzmeisterin heiratete, welche Nushat Al-Fuad Herzenslust hieß. Mit dieser führte er ein so üppiges und freudenreiches Leben, bis alles, was sie besaßen, verschwelgt war. Als sie nichts mehr hatten, sagte Abul Hasan zu seiner Gattin Nushat Al-Fuad, »Ich möchte gerne gegen den Kalifen eine List gebrauchen und wünsche, dass du ein Gleiches mit der Frau Zubaida tust, um 200 Dinare und zwei Stücke Seidenzeugen, von ihnen zu bekommen. Seine Frau sagte, »Tue, was du willst!« Nushat Al-Fuad fragte dann Abul Hasan, »Was willst du denn tun?« Da antwortete er, »Wir wollen uns totstellen. Wenn ich mich wie ein Toter ausstrecke, so breite ein seidenes Tuch über mich aus, löse meinen Turban auf, binde die Zehen meiner Füße zusammen, lege ein Messer und ein wenig Salz auf mein Herz, dann lass deine Haare flattern und geh zu deiner Herren Zubaida, zerreiße dein Kleid, schlage dir ins Gesicht und schreie.« Sie wird dich dann fragen, was dir widerfahren. Du antwortest, »Mögest du lange leben!« Abul Hasan ist tot. Sie wird dann über mich trauern und weinen und ihrer Schatzmeisterin befehlen, dir 100 Dinare und ein Stück Seidenzeug zu geben. Zu dir aber sagen, »Geh und besorge das Nötige zu seiner Beerdigung und lass ihn fortbringen. Du nimmst die 100 Dinare und das Stück Seidenstoff und kommst wieder zu mir. Ich stehe dann auf und du legst dich an meinen Platz.« Darauf gehe ich zum Kalifen und sage ihm, »Mögest du leben, für Nushat Al-Fuat?« Ich zerreiße meine Kleider und zerrauffe meinen Bart. Er wird dann über dich trauern, seinem Schatzmeister befehlen, mir 100 Dinare und ein Stück Seidenstoff zu geben und mir sagen, »Geh, mache die Anstalten zu ihrer Beerdigung und lass sie fortbringen. Und alsbald komme ich wieder zu dir.« Nushat Al-Fuat freute sich über den Vorschlag und sagte, »Es ist wahr, diese List ist vortrefflich.« Sie drückte ihm dann die Augen zu, band ihm die Füße zusammen, bedeckte ihn mit einem Tuch und tat, wie ihr Herr ihr gesagt hatte. Sie zerriß ihr Kleid, entblößte ihr Haupt, ließ die Haare aufgelöst flattern und ging zur Frau Subaida, wo sie schrie und weinte. Als die Frau Subaida sie in diesem Zustand sah, fragte sie, »Was bedeutet dein Weinen? Was ist dir geschehen?« Sie antwortete weinend und klagend, »Mögest du lange für Abul Hasan leben, Herrin, denn er ist tot.« Die Frau Subaida war sehr betrübt darüber und sagte, »Der arme Abul Hasan!« und weinte ihm eine Träne. Dann befahl sie ihrer Schatzmeisterin, an Nushat al-Fuat hundert Dinare auszuzahlen und ihr ein Stück Seidenstoff zu geben und sagte zu Nushat al-Fuat, »Geh, statte ihn aus und lass ihn beerdigen.« Nushat al-Fuat nahm die hundert Dinare und das Stück Seidenzeug und ging freudig nach Hause zu Abul Hasan, um ihm zu erzählen, wie es ihr ergangen. Er stand ebenso freudig auf, umgürtete sich und tanzte. Die hundert Dinare und das Stück Seidenzeug, aber bewahrte er auf. Abul Hasan streckte dann Nushat al-Fuat auf dem Boden aus und tat mit ihr, wie sie vorhin mit ihm getan hatte. Dann zerriss er sein Kleid, raufte sich seinen Bart, löste sich seinen Turban auf und lief zum Kalifen, der im Richtersaale saß und schlug sich auf die Brust vor ihm. Der Kalif fragte ihn, »Was ist dir, Abul Hasan?« Der weinte und sprach, »O, wäre doch dein Gesellschafter nie gewesen und seine Stunde nie gekommen.« Der Kalif fragte, »So spreche doch.« Abul Hasan sagte endlich, »Mögest du leben, Herr, für Nushat al-Fuat, sie ist tot.« Der Kalif rief aus, »Es gibt keinen Gott außer Gott« und schlug die Hände übereinander. Er tröstete dann Abul Hasan und sagte zu ihm, »Sei nicht betrübt, du sollst eine andere Frau haben.« Dann befahl er dem Schatzmeister, er solle Abul Hasan ein Stück Seidenzeug und hundert Dinare geben. Dieser gab ihm, was der Kalif befohlen. Dann sagte der Kalif, »Geh, starte sie aus und lass sie auf eine anständige Weise beerdigen.« Abul Hasan nahm, was ihm geschenkt worden, ging freudig nach Hause zu Nushat al-Fuat und sagte ihr, »Steh auf, denn schon haben wir unsere Absicht erreicht.« Sie stand auf, er übergab ihr die hundert Dinare und das Stück Seidenzeug, worüber sie sich freute. Sie legten das Gold zu dem Gold und das Seidenzeug zu dem, das sie schon hatten, setzten sich nieder und waren fröhlicher Dinge. Sobald Abul Hasan vom Kalifen weggegangen war, um Nushat al-Fuat auszustatten, hob der Kalif in seiner Bestürzung den Divan auf und ging, gestützt auf Masrur, den Scharfrichter der Rache, um die Frau Subaida wegen ihrer Sklavin zu trösten. Da fand er sie weinend und die Ankunft des Kalifen erwartend, um ihn wegen Abul Hasan zu trösten. Der Kalif sagte, »Mögest du lange leben für deine Sklavin, Nushat al-Fuat?« Sie antwortete, »Herr, Gott erhalte meine Sklavin und mögest du leben für deinen Gesellschafter Abul Hasan, denn er ist tot.« Der Kalif lächelte und sagte zu seinem Diener, »O Masrur, wahrlich, die Frauen haben wenig Vernunft. Ich beschwöre dich bei Gott, war nicht eben Abul Hasan bei mir?« Da sagte die Frau Subaida und lachte mitten im Schmerze, »Lass doch deinen Scherz. Ist es nicht genug, dass Abul Hasan tot ist? Soll auch noch meine Sklavin tot sein, so dass jedes von uns etwas verliere, und du sagst noch, ich habe wenig Vernunft?« Der Kalif erwiderte, »Gewiss, Nushat al-Fuat ist tot.« Aber die Frau Subaida sagte, »Abul Hasan war gewiss nicht bei dir, und du hast ihn nicht gesehen. Hingegen war Nushat al-Fuat eben bei mir, traurig, weinend, mit zerrissenen Kleidern. Ich habe sie getröstet und ihr hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug reichen lassen, und ich erwartete dich, um dich wegen deines Gesellschaftes Abul Hasan zu trösten. Ich wollte ihm nach dir schicken.« Der Kalif lachte und sagte, »Es ist niemand anders, als Nushat al-Fuat gestorben.« Aber die Frau Subaida sagte, »Es ist niemand anders, als Abul Hasan gestorben.« Der Kalif wurde so zornig, dass ihm die haschimitische Ader zwischen den Augen anschwoll. Er sagte zu Masrur, »Geh in das Haus Abul Hasans und sieh, wer dort gestorben ist.« Masrur lief fort, und der Kalif sagte zur Frau Subaida, »Willst du wetten?« Sie sagte, »Ja, ich wette, dass Abul Hasan tot ist.« Und der Kalif, »Und ich wette, dass Nushat al-Fuat tot ist. Ich setze den Lustgarten zum Preis gegen dein Schloss und den Bildersaal.« Sie blieben nun beisammen, um die Rückkehr Masrurs zu erwarten, der eilig fortgelaufen war, bis er in Abul Hasans Quartier kam. Abul Hasan saß an ein Fenster gelehnt und bemerkte, wie Masrur gegen seine Wohnung kam. Da sprach er zu Nushat al-Fuat, »Mir ist, als hätte der Kalif, nachdem ich ihn verlassen, den Divan aufgehoben und wäre zu Frau Subaida gegangen, um sie über deinen Verlust zu trösten, während sie ein Gleiches mit ihm tun wollte und zu ihm sagte, »Gott vermehre deinen Lohn für den Tod Abul Hasans.« Und als habe der Kalif ihr dann geantwortet, »Niemand anders als Nushat al-Fuat ist gestorben, möge dich Gott für sie leben lassen.« Sie wird dann wieder erwidert haben, »Nein, dein Gesellschafter Abul Hasan ist gestorben.« Und er wird behauptet haben, »Nein, Nushat al-Fuat ist tot.« Sie werden dann so lange gestritten haben, bis der Kalif zornig wurde und sie miteinander wetteten und Masrur schickten, um zu sehen, wer der Gestorbene ist. »Das Beste ist nun, du legst dich hin, damit Masrur dich tot sieht, es dem Kalifen berichtet und meine Worte bestätigt.« Nushat al-Fuat streckte sich hin und Abul Hasan deckte sie mit ihrem Tuche zu und setzte sich ihr zur Seite und weinte. Da kam Masrur ins Zimmer und grüßte Abul Hasan. Er sah Nushat al-Fuat ausgestreckt, deckte ihr Gesicht auf und sagte, »Es gibt keinen Gott außer Gott. Unsere Schwester al-Fuat ist tot. Wie schnell raffte sie die Bestimmung weg. Gott, erbarme sich deiner und befreie dich von jeder Schuld.« Er kehrte dann zurück und erzählte dem Kalifen und der Frau Subaida was vorgefallen und lachte dabei. Der Kalif sagte, »Das ist keine Zeit zum Lachen, du Verruchter. Erzähle, uns wer gestorben.« Masrur sagte dem Kalifen, »Bei Gott, Herr, Abul Hasan ist wohl und nur Nushat al-Fuat ist tot.« Der Kalif sagte zu Subaida, »Du hast dein Schloss bei der Wette verloren.« und lachte sie aus und sagte, »Masrur, erzähle, was du gesehen.« Der sagte, »In Wahrheit, meine Gebieterin, ich bin in einem Fort gelaufen, bis ich in Abulhassans Wohnung kam. Da sah ich Nushat al-Fuat tot ausgestreckt, und Abulhassan saß ihr zur Seite und weinte. Ich grüßte, tröstete ihn und setzte mich neben ihn. Darauf entblößte ich Nushat al-Fuats Gesicht und sah, dass sie tot war, denn ihr Gesicht war aufgedunsen. Ich sagte dann zu Abulhassan, »Lass sie bald beerdigen, damit wir für sie beten,« und er sagte, »Wohl.« So verließ ich ihn, damit er alle Anstalten zur Beerdigung treffe, und kam hierher, um es euch zu berichten.« Der Kalif lachte und sprach, »Wiederhole alles dies deiner Herren, die so wenig Vernunft hat.« Als die Frau Subaida die Worte Masruors hörte, geriet sie in Zorn und sagte, »Nur der hat wenig Vernunft, der einem Sklaven etwas glaubt.« Und sie schimpfte über Masruhr, während der Kalif lachte. Masruhr war böse und sagte dem Kalifen, »Wer gesagt hat, die Weiber haben wenig Vernunft und Glauben, hat die Wahrheit gesagt.« Da sagte die Frau Subaida, »Du scherzest mit mir, und dieser Sklave spottet meiner, um dir zu gefallen. Ich selbst will jemand schicken, um zu sehen, wer gestorben ist.« Sie rief dann ihrer alten Erzieherin und sagte ihr, »Geh schnell in das Haus Nushat al-Fuats und sieh, wer von den beiden gestorben ist. Säume aber nicht.« Der Kalif und Masruhr lachten, und die Alte lief in einem fort bis in die Straße Abulhasans. Als dieser sie sah und erkannte, sagte er zu Nushat al-Fuat, »Mir ist, als hätte die Frau Subaida nach uns geschickt, um zu sehen, wer gestorben ist. Denn sie wird Masruhr, der gesagt hat, du seist tot, nicht glauben, und hat darum ihre alte Erzieherin geschickt, um Nachricht zu erhalten. Nun ist's besser, ich stelle mich tot, damit du vor der Frau Subaida nicht als Lügnerin erscheinst.« Abulhasan streckte sich dann hin, und Nushat al-Fuat bedeckte ihn und band ihm seine Augen und seine Füße zu, setzte sich ihm zur Seite und weinte. Als die Alte hereintrat, sah sie, wie Nushat al-Fuat »Oh, wie gut er war!« Die Alte sagte, »Es ist wahr, du hast ein Recht zu jammern, da ihr aneinander gewöhnt wart.« Da die Alte wusste, was Masruhr dem Kalifen und der Frau Subaida berichtet, sagte sie zu Nushat al-Fuat, »Masruhr habe zwischen dem Kalifen und der Frau Subaida Uneinigkeit gestiftet.« Nushat al-Fuat fragte, »Welche Uneinigkeit, meine Mutter?« Die Alte antwortete, »Oh, meine Tochter, Masruhr ist zum Kalifen und der Frau Subaida gekommen und hat ihnen gesagt, du seist gestorben. Abul Hasan aber sei wohl auf!« Nushat al-Fuat sagte, »Oh, meine Tante, ich war ja eben bei meiner Gebieterin und sie hat mir hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug gegeben. Sieh nun, in welchem Zustand ich bin, wie einsam und verlassen. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Oh, wäre ich doch gestorben und lebt dafür eher noch.« Sie weinte dann und die Alte weinte mit ihr. Dann trat die Alte näher und deckte Abul Hassans Gesicht auf. Sie sah seine Augen verbunden und davon sein Gesicht aufgedunsen. Sie deckte ihn wieder zu und sagte, »An der Tat, du hast Abul Hassans Tod zu betrauern.« Sie tröstete sie noch und ging wieder zu Frau Subaida und erzählte ihr, was sie gesehen. Die Frau Subaida sagte ihr lächelnd, »Erzähle es dem Kalifen, der behauptet, ich habe wenig Vernunft und Glauben und der diesen verruchten, lügnerischen Sklaven über mich erhoben hat.« Masrur sagte, »Diese Alte lügt. Ich habe Abul Hassan gesund gesehen und Nuschat Al-Fuat lag tot.« Die Alte sagte, »Du lügst und willst zwischen dem Kalifen und der Frau Subaida Zwist stiften.« Masrur erwiderte, »Niemand anders als du lügt, verruchte Alte, und deine Gebieterin lässt sich von dir betören und glaubt dir.« Die Frau Subaida schrie ihn an, denn sie wurde von seiner Rede beleidigt und brach in Tränen aus. Da sagte der Kalif, »Ich und du und mein Diener und die Alte, wir alle lügen.« »Das Beste ist wohl, wir vier gehen zusammen und sehen, wer von uns die Wahrheit gesagt hat.« Masrur sagte, »Lasst uns gehen, damit ich diese verruchte Alte einmal wegen ihrer Lügen durch eine Portion Prügel zurechtweise.« Die Alte erwiderte, »Du verrückter, gleicht denn dein Verstand dem meinigen? Du hast nicht mehr Verstand als ein Huhn.« Masrur wurde böse über diese Worte und wollte über sie herfallen, aber die Frau Subaida hielt ihn zurück und sagte, »Wir werden gleich sehen, wer von euch beiden gelogen hat.« Sie machten sich nun alle vier auf, wetteten miteinander und gingen gerade vom Schlosse in das Quartier Abulhassans. Als dieser sie sah, sagte er zu seiner Frau, »Wahrlich, nicht jeder Dreck ist ein Kuchen und nicht immer kommt der Krug ganz davon. Mir ahnt, die Alte hat ihrer Gebieterin erzählt, wie sie uns getroffen hat und ist mit Masrur in Streit geraten. Sie haben nun auf unseren Tod gewettet und sind selbst gekommen, der Kalif, die Frau Subaida, der Diener und die Alte.« Nuschat Alfuad erhob sich von ihrem Lager und sprach, »Was ist nun zu tun?« Abul Hasan erwiderte, »Wir müssen uns nun beide totstellen. Wir wollen uns ausstrecken und den Atem zurückhalten.« Nuschat Alfuad befolgte seinen Rat und sie streckten sich beide hin, banden ihre Füße zusammen, drückten ihre Augen zu, hielten den Atem zurück und bedeckten sich der Länge nach mit einem Tuch. Als der Kalif, die Frau Subaida, Masrur und die Alte in Abulhassans Haus kamen und diesen neben seiner Frau tot ausgestreckt sahen, da weinte die Frau Subaida und sagte, »Sie haben so langes Böses von meiner Sklavin gesagt, bis sie wirklich gestorben ist.« »Doch glaube ich, dass der Tod Abulhassans sie so geschmerzt hat, dass sie auch starb.« Der Kalif sagte, »Komme mir nicht mit deinen Worten zuvor. Sie ist vor Abulhassan gestorben, denn Abulhassan ist mit zerrissenen Kleidern und ausgerauftem Bart, mit Ziegelsteinen seine Brust zerschlagend zu mir gekommen, und ich habe ihm hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug geben lassen und ihm gesagt, »Geh, lass sie beerdigen. Ich will dir noch eine bessere Sklavin geben, die sie dir leicht ersetzt. Es scheint daher, dass er das nicht verschmerzen konnte und nach ihr gestorben ist. Ich habe also die Wette gewonnen.« Die Frau Subaida aber widersprach lange dem Kalifen, und sie stritten so heftig, dass zuletzt der Kalif, der den beiden Toten zur Seite saß, sagte, »Bei dem Grabe des Gesandten Gottes, Gott sei ihm gnädig und bewahre ihn, und bei dem Grabe meiner Väter und Vorväter, wenn jemand mir sagt, wer von ihnen beiden zuerst gestorben ist, will ich ihm tausend Dinare geben.« Als Abulhassan dies hörte, sprang er schnell auf und sagte, »Ich war es, der zuerst starb, Fürst der Gläubigen. Halte nun deinen Eid und gib die tausend Dinare her.« Da stand auch Nushat Alfuad auf und trat zum Kalifen und zu der Frau Subaida vor, die sich sehr freuten, beide wohlzusehen. Sie wünschten ihnen Glück zu ihrer Genesung und merkten wohl, dass ihr Tod nur eine List war, um Geld zu bekommen. Aber die Frau Subaida machte Nushat Alfuad Vorwürfe und sagte ihr, »Du hättest dir auf andere Weise von mir fordern können, was du brauchtest, ohne mein Herz so zu betrüben.« Nushat Alfuad antwortete, »Ich schämte mich, meine Gebeterin.« Der Kalif fiel aber vor Lachen fast in Ohnmacht und sagte, »Abul Hasan, du bist einer der Ausgelassenen und machst immer tolles Zeug.« Abul Hasan antwortete, »Fürst der Gläubigen, ich habe nach dieser List gegriffen, weil alles Geld, das du mir gegeben, dahin war, denn ich schämte mich wieder von dir zu fordern. Schon wie ich allein war, sparte ich kein Geld. Nun, da du mir diese Sklavin zur Frau gegeben, würde ich dein ganzes Vermögen durchbringen, wenn ich es besäße. Ich habe daher, als alles aufgezehrt war, diese List gebraucht, um hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug zu erlangen. Alles als Mildtätigkeit unseres Herrn, des Kalifen. Nun aber halte schnell deinen Eid und gib mir tausend Dinare.« Der Kalif und die Frau so beide erlachten und kehrten wieder ins Schloss zurück. Der Kalif gab dem Abul Hasan die tausend Dinare und setzte hinzu, »Nimm sie als Geschenk deiner Wiederauferstehung vom Tode.« Dann ließ der Kalif die Einkünfte und Besoldung von Abul Hasan erhöhen, und sie lebten in Lust und Freuden fort, bis der Zerstörer alles Vergnügens, der Trenner aller Vereinigung, der Verwüster aller Schlösser und der, der die Gräber bevölkert, sie überfiel. Hier endigte Scheer satt ihre Erzählung und in der folgenden Nacht begann sie von Neuem. Ende von Abschnitt 55 Ende von Tausend und eine Nacht Band 1 Übersetzt von Gustav Weil 1808 bis 1889 Gelesen von Bernd Ungerer und eine Nacht und eine Nacht und eine Nacht